Gut, ihr kennt den LHC, vermute ich mal. So diese einfach mega geile, coole, große Maschine in der Schweiz irgendwo. Da fliegen so Partikel rum, arbeiten ganz viele Menschen, ganz fürchterlich kluge Menschen, die alle irgendwie Physik und E-Technik und was weiß ich studiert haben. Mir geht es zumindest so, ich erstarre vor Ehrfurcht. Nein, es ist kein Joke. Also ich finde dieses Zeugs ziemlich cool, was die da machen. Und die haben ihre Maschine wieder in Betrieb genommen. Es gab eine Pause, Reparaturen, Updates, Upgrades und so. Und ja, Nabla, der hat das Privileg, den großen Spaß daran, dort zu arbeiten. Er hat in Karlsruhe Physik studiert und konnte dann irgendwann in die Schweiz übersiedeln. Und an dieser wunderschönen, tollen Maschine Dinge tun und ganz fancy Sachen. Und es ist immer super Spaß, ihm zuzuhören. Nie langweilig, immer sehr, lernst da viel und coole Sache. Habt Spaß, enjoy und Applaus für Nabla. Ja, hallo. Vielen lieben Dank, dass so viele doch erschienen sind. Ich habe mit deutlich weniger anderen gerechnet. Von daher freut mich, dass es euch so viel interessiert. Ich möchte ein bisschen Einblick geben in, was machen wir da eigentlich, warum machen wir das. Wie könnt ihr uns helfen? Denn ich muss zugeben, ich habe da jetzt ein Dreivierteljahr lang gearbeitet und wir haben alle keine Ahnung. Und je mehr Leute uns, umso mehr helfen, umso besser wird es. Ich muss echt sagen, mit der Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, bin ich überhaupt staubender, dass irgendwas auch nur ansatzweise funktioniert. Aber es tut. Man sieht, das ist jetzt 22. April, 9.53, Spill vom LHC im CMS-Detektor. Das heißt, der LHC ist tatsächlich wieder in Betrieb und unsere Detektoren funktionieren so weit, dass man zumindest was sieht. Spill heißt in diesem Zusammenhang, wir kippen einfach Teilchen aufeinander und gucken, ob irgendwas irgendwo leuchtet. Das ist so die Idee. Und das Ziel ist, wir wollen rausfinden, geht unsere Detektor nach, nachdem wir ihn wieder zusammengesteckt haben, ist alles richtig angeschlossen. Wenn man ein Kabel falsch steckt, dann leuchtet irgendwo was, wo es nicht soll. Und das will man halt finden, bevor man Daten nimmt. Gut, die Folien sind leider gut, also nicht leider auf Englisch, aber so aus Gewohnheit auf Englisch. Aber weil ja so viele Deutsch sprechen, spreche ich jetzt einfach Deutsch. So, was ist Teilchenphysik, warum machen wir denen Spaß? Die grundlegende Frage ist, warum sind wir hier, was ist das Universum und was ist sonst noch alles da? Denn wir wissen tatsächlich erstaunlich wenig für die Menge, die wir wissen. Woher kamen wir? Das ist so die aktuell präferierte Theorie, auch wenn es da inzwischen doch viele andere gibt. Wie funktioniert alles? Das ist so, wie ist das Universum aufgebaut? Ich denke, von Atomen haben viele mal gehört, Moleküle und so. Aber wenn man in Atome reinguckt, gibt es Protonen, da gibt es Neutronen. Wenn man in Neutronen reinguckt, dann gibt es da Quarks und Gluonen und vielleicht gibt es da noch was anderes. Dann gibt es da scheinbar Higgs-Bosonen, von denen ich auch leider nicht verstehe, was genau die sollen. Aber die lieben Theoretiker im Bau 1 und 2 haben Tafeln, wo Zeug draufsteht, wo man reinguckt und irgendwie beim zweiten Symbol die meisten von uns aussteigen. Ich gehe mal kurz so durch. Big Bang ist 10 und minus 34 Sekunden bis hin zum, das Universum ist irgendwie mit Atomen gefüllt. Dauert das eine Sekunde und bis wir existieren, dauert das 1000 Millionen Jahre. Und was wir machen mit dem oder was der LHC macht mit seinen Kollisionen, ist er versucht, die Bedingungen umzu erzeugen, die geherrscht haben, als das Universum noch recht jung war. Je nachdem, was getan wird, sind wir irgendwo in der Größenordnung 10 hoch minus 30, 10 hoch minus 35 Sekunden. Also wenn wir Schwer-Ionen-Kollisionen machen, das ist meistens für LHCB, kommt man so in die Richtung Quark-Gluon-Plasma, das guckt sich alles ganz gerne an. Und das ist so in der Größenordnung. Und gucken wir uns an, was diese Teilchen machen. Und da gibt es ja so alle möglichen Fragen, wie, das macht man am CERN auch, wenn wir Antivasserstoff fallen lassen, wo fällt es hin? Das ist eine Frage, wir nehmen alle an das Feld runter, aber das hat auch noch keiner gemacht. Und dementsprechend sollte man das mal nachgucken. Aber viele solcher Fragen werden da beantwortet und ich hoffe, dass der intrinsische Wert dieser Fragen irgendwo euch eingänglich ist. Denn sonst kann ich da eigentlich auch nicht viel mehr Motivation geben. Ich hoffe, die Fragen sind einfach so interessant. Was wissen wir soweit? Das sind die Teilchen, von denen wir glauben, dass sie fundamental sind. Oder von denen theoretische Physiker glauben, dass sie fundamental sind, zumindest im Standardmodell. Wir sehen, es fehlt ein Graviton. Gravitation wird explizit ausgeklammert. Das ist so ein großes Problem, denn wir sitzen alle hier und wir schweben nicht in der Gegend rum. Dementsprechend sollte es wohl Gravitation geben. Wir haben in Violett unsere Quarks. Quarks kleben zusammen mit den Gluonen. Deshalb heißen die Gluonen, die kleben Quarks zusammen. Machen Protonen, Neutronen, Kaonen, Pionen, noch ganz viel anderen Schnickschnack. Aber so im Endeffekt alles das, was so im Großen und Ganzen Materie ausmacht. Dann haben wir unsere Leptonen. Das sind unsere Elektronen, Myon, Tau. Das meiste davon, die wir haben, sind Elektronen. Myons sind recht cool. Vor allem, wenn man es Higgs finden will, sind Myonen eine tolle Sache. Unsere Neutrinos, die wir einfach nicht sehen. Ich glaube, ein Neutrino hat eine mittlere freie Weglänge. Für die anderen mittlere freie Weglänge bedeutet die Distanz, die ein Gegenstand in Materie zurücklegen muss, bis es mit dieser Materie kollidiert. Und ein Myon hat eine mittlere freie Weglänge in Blei, in der Größenordnung von Lichtjahren. Dementsprechend sieht man das einfach meistens. Also sieht man das einfach nicht. Was das Standardmodell zum Beispiel nicht erklären kann, das Myon-Neutrino, das Elektron-Neutrino und das Tau-Neutrino wandeln sich ineinander um. Und es hängt davon ab, wie lange sie schon existieren, was für eine Art Myon es ist. Auch keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber ist gezeigt worden. Man hat die Erde, hat sich gedreht und man hat einmal geguckt, als der Detektor zur Sonne war und man hat einmal geguckt, als der Detektor von der Sonne weg war und dann war der mittlere, also der Mittelwert des Myon-Flavers ein anderer. Und das mit entsprechender Statistik. Myons sind übrigens nicht schneller als Lichtgeschwindigkeit. Das haben wir gefixt. Wir haben es nicht gefixt, man hat die Fehler gefunden. Bosonen sind alles, was alles zusammenklebt. Also elektromagnetische Kraft wird über Photonen ausgetauscht. Also Spannung, Anziehungskraft, Abstoßen, das sind alles Photonen. Das Gluon klebt unsere Quarks zusammen zu schwereren Teilchen, also Proton, Neutron, Atom. Z- und W-Bosonen machen die schwache Wechselwirkungskraft. Und wenn ich meinen Physiklehrer zitiere, die schwache Wechselwirkungskraft ist für die Kernspaltung verantwortlich und ist ansonsten einfach weird. Wenn ihr euch mit Erhaltungssätzen und Symmetrien im Universum auseinandersetzen wollt, dann ist das die Kraft, die euch Kopfschmerzen bereiten wird. Alles andere ist relativ okay. Die schwache Wechselwirkung nicht so wirklich. Und das ist so die Ansicht für den experimentellen Physiker. Und so sieht das dann für den Theoretiker aus. Und das ist die volle Lagrange-Dichte des Standardmodells. Ja, ich kann das auch nicht lesen. Also ich weiß wohl noch, was das D-Nü soll und ich weiß, was das G-A-Mü soll. Aber da hört das dann auch langsam auf und ich bin bei Symbol Nummer 5. Aber ja, das ist die Standarddichte des Standardmodells in voller Schönheit. Aber ich bin nicht in einer Theorievorlesung, also lassen wir das mal. Wie haben wir angefangen? Wie kommt man darauf, so eine Maschine zu bauen und Tunnel zu buddeln und Milliarden von Schweizer Franken in bescheuerte Elektronik zu stecken? Warum machen wir das? Und das hat halt angefangen damit, dass sich Leute irgendwie so die Welt angeguckt haben. So der Rutherford, der ist hier nicht abgebildet. Der Rutherford hat Alpha-Teilchen, also Heliumkerne, auf Goldfolien geschossen und auf einmal wurde der Heliumkern reflektiert. Das fand er sehr komisch. Und die Mathematik sagte, oder die Mathematik zeigte ein Modell, was mit Kugelkollisionen doch recht vereinbar war. So kam die Idee, so Atome sind Kügelchen. Dann gibt es diesen Effekt, wenn ich ein Stück Uran auf eine Fotoplatte lege, dann wird die Fotoplatte dunkel. Das ist auch komisch. Marie Curie berichtete auch in ihrem Tagebuch davon, dass die Proben, die sie in ihrer Schublage unter dem Schreibtisch lagerte, nachts doch recht schön leuchten. Ich weiß nicht ganz genau, welche Strahlen das ist. Wahrscheinlich ist es Schrenkhoff. Dass da drüben ist ein Mensch, der sich dachte so, hm, wenn das alles Teilchen sind und die von der Sonne und von den anderen Planeten kommen, dann ist das vielleicht weiter oben besser. Hat sich mit seinem Experiment in einen Ballon gesetzt. Und siehe da, da oben war es besser. Und das war so die erste Quelle von Teilchen, von hochenergetischen Teilchen, die man in der Physik so zugänglich hatte. Man sieht nicht so wirklich zugänglich, so viel kriegt man nicht in einen Ballon. Wenn ich 15.000 Tonnen CMS-Detektor an einen Ballon hängen will, dann wird das ein großer Ballon. Dementsprechend probieren wir das ja heutzutage ein bisschen anders. Aber so hat das angefangen. Man ist mit Elektroskopen hochgeflogen, hat gesehen, Elektroskope entladen sich. Das wird wohl irgendwie Strahlung sein. Das sind irgendwie Teilchen, die können Ladung transportieren. Dann kam Einstein mit seiner Theorie, sagte so, ja, wir können Teilchen aus Metallen rauslösen. Das war, ja, keine Ahnung, jetzt bald irgendwie 140 Jahre her, zumindest der Ballonflug. Und dann Einstein war ja so 100 Jahre her. Und da hat man gewusst, wir haben Teilchen, wir können die, die sind geladen. Wenn sie geladen sind, können wir sie beschleunigen. Dann hat das angefangen erst mit den Fandegraf-Generatoren und den statischen Beschleunigern. Hin zu den ersten Linearbeschleunigern. Die ersten Linearbeschleuniger sind so das, was am CERN auch steht, nur in anders. Das rechts ist Slack, das steht in Kalifornien. Das hier ist einer der Beschleuniger, die wohl am CERN sind. Ich habe das aus dem CERN-Document-Server, wo genau das ist, weiß ich nicht. Aber man sieht hier schon, das hier ist ein Aufbau von einem Linearbeschleuniger innen. Und man sieht, das sind knapp über drei Kilometer in Kalifornien, wo effektiv so ein Tunnel steht. Und da ist so eine Maschine drin. Man zieht Elektronen an. Und wenn das Elektron in diesem Bereich ist, polt man das Feld um, damit es man im nächsten Spalt wieder anziehen kann. Und so macht man das, bis das Elektron seine Endenergie erreicht. Und wenn man hier ist, geht das gegen einen Bleiblock oder gegen irgendwas anderes. Und man guckt raus, was sich da an Autobahnunfall, an automaren Teilchen hinten rausfällt, guckt sie sich an und findet allerlei Interessantes. Die frühen Detektoren und die frühe Datenanalyse war auch sehr interessant. Wir haben damals schon neurale Netze trainiert. Die hatten alle Vornamen und waren Physikstudenten. Das da ist eine Blasenkammer. Blasenkammern funktionieren so, dass man ein Gas nimmt, verflüssigt und dann ganz schnell den Druck abfallen lässt. Das heißt, die Flüssigkeit will eigentlich verdampfen, kann aber nicht, wenn sie sehr rein ist, weil sie Verdampfungskeime braucht. Und wenn da zufällig ein geladenes Teilchen war, dann sind da Verdampfungskeime. Und dementsprechend verdampft da die Flüssigkeit. Das macht man so, dass man dann den Kolben zieht und gleichzeitig fotografiert und dann fallen da so Fotos raus. Wenn man sich das genau anguckt, also hier ist ein sehr interessantes Event. Das ist relativ gut zu sehen. Und wenn man da oben guckt in die Ecke, da sieht man nochmal so zwei Teilchen aus dem Nichts entstehen. Das wird eine Fotokonversion sein. Das war so ein Photon und das ist ein Elektron und ein Positron, die da rausgefallen sind. Die Kringel sind Elektronen. Das sind sogenannte Delta-Elektronen. Die werden von der Omaterie abgeschlagen, haben dann sehr wenig Energie, weshalb sie im Magnetfeld anfangen, so Spiralen zu machen, bis sie wieder zur Ruhe kommen. Aber ja, Prozess war, wir machen das tausendmal, dann kommen da 20.000 Fotos raus und die werden dann an Physikzuständen verteilt. Und wenn einer was Interessantes findet, guckt man sich das an. Das machen wir heutzutage Gott sei Dank nicht. Bei 40 Millionen Bilder pro Sekunde wären das viele Physikzuständen. Dann ist die nächste Frage, warum sie alle rund. Also gerade ausbauen ist eine nette Sache. Ziemlich offensichtlich irgendwie. Aber wenn man sich jetzt hier den Kek-B-Beschleuniger in Japan anguckt oder hier das Fermilab in Illinois, ich hoffe, das ist in Illinois, aber halt wenn in den USA, dann sieht man, dass die rund sind. Das kommt daher, dass man sich dachte, so Beschleunigungsstrecken sind teuer, das ist irgendwie viel Kupfer, das ist hochpräzises Engineering, was da rein muss. Das müsste man über drei Kilometer machen und wenn man dafür das Geld nicht ausgeben will, sagt man, ja gut, die Teilchen drehen sie einmal im Kreis und dann können wir sie wieder durch die gleiche Beschleunigungsstrecke stecken. Und genau so funktioniert das. Dann kommen natürlich jetzt noch Magnete dazu und ganz viel Magnettechnologie, die ich jetzt einfach mal ausklammere. Es wird langsam richtig bescheuert. Also man nimmt jetzt Kupfer, man nimmt jetzt Niobium, diffundiert da Zinn rein, heizt es auf 400 Grad, dann wird diese Metallmischung zu einer Keramik, die überhaupt nicht leitet und total spröde ist. Also man biegt diesen Draht, wo das drin ist, um einen Millimeter und die Keramik ist kaputt, weshalb es dann kein Supraleiter mehr ist. Kühlt das dann ab auf 1,9 Kelvin und kriegt dann durch einen Querschnitt, der so breit und so hoch ist, 100 Kilo Ampere durch. Ich habe so ein Kabel bei mir auf dem Schreibtisch liegen, das war wohl Verschnitt in der Anlage nebenan, wo sie es herstellen. Ja. Gut, dann gucken wir uns mal den CERN-Beschleuniger-Komplex an, denn das ist ja nicht nur der LHC, es ist ja doch ganz viel anderes. Der hier ist frisch dazugekommen im Long Shutdown 2. Das ist der Linac 4. Da kommt eigentlich so ziemlich alles her, was im LHC so beschleunigt wird. Vom Linac 4 sehen wir, es geht in den Booster. Der Booster ist ein relativ kleiner Ringbeschleuniger, zumindest für CERN-Verhältnisse. Dann geht es ins PS. Das PS ist dann schon einen Tacken größer, das ist aber noch alles in dem Gelände, wo ich zur Arbeit gehe. Ich radle jeden Morgen über den Booster. Da ist so eine Brücke drüber. Vom PS geht es ins SPS. Das SPS ist dann wieder schon so groß, dass wenn wir zur Nord Area fahren wollen, die da auch schön eingerahmt ist, brauche ich 15, naja, nicht ganz 15 Minuten beim Radl. Und aus dem SPS sieht man, gibt es zwei Transferlines, das ist die TI2 und die TI8 und dann geht es in den LHC und werden da weiter beschleunigt. Die Idee ist halt, also Bremsstrahlung ist hoffentlich ein Begriff, wenn nicht, erkläre ich jetzt mal kurz. Wenn man mit einem Auto sehr knapp um eine Kurve fährt, fängt das Auto an zu quietschen. Das Gleiche passiert mit Elektronen, nur dass sie dann Licht abgeben und keine Geräusche. Und umso enger die Kurve, umso mehr Geräusche, umso mehr Strahlung, umso mehr Energie müssen wir in die Elektronen stecken. Das ist jetzt nicht ganz richtig, aber die Analogie passt gut genug. Und deshalb machen wir die Kurven schön lang und deshalb gibt es wenig Gekreische. Es gibt übrigens auch einen netten Car Collider, der ist so nach Frankreich rüber. Da gibt es einen großen Kreisverkehr über einer Schnellstraße, den nehmen wir als The Great Car Collider. Das sieht man da auch alle paar Wochen mal so eine Kollision, ist auch ganz nett. Ja, 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 da ist man, die Detektoren sind auch alle mobil, die kommen dann, um sich das anzugucken und nehmen dann den Kram wieder mit. Ja, nee, so viel ist da Gott sei Dank noch nicht passiert, aber den Lexus habe ich da auch schon mal liegen sehen. Gut, ja, wenn sie dann im LR, also wir machen das, weil wir die Kreise machen, machen wir größer und die Magnete in diesen Kreisen können nicht bei 0 Tesla anfangen. Ja, wenn wir die Supraleitenden Magneten bei 0 Tesla anfahren könnten, wäre das super, dann bräuchten wir nur einen Beschleuniger, aber das Minimalfeld in den großen Magneten ist irgendwie 1, Tesla. Das heißt, wir müssen Teilchen mit der Energie schon einschießen, damit sie bei 1,5 Tesla oder 1, irgendwas Tesla schön um die Runde kommen. Wenn wir das nicht tun, ja, würden die irgendwie abbiegen und gegen den Magneten fliegen, das wollen wir auch nicht. Das heißt, wir müssen die vorbeschleunigen, 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 in diesem Fall 3 mal, nee, 1, 2, doch 3 mal, gut mit dem Linux sogar 4 mal, bis wir sie in LAC einspeisen und der LAC schafft aktuell eine Schwerpunktsenergie von 14 Teraelektronenvolt, also 7, nee, doch 14 TEV sind 7 die Richtung, 7 die Richtung, gibt 14 TEV im Schwerpunktsystem. Vom Vergleichen, Proton wiegt 2 GEV, ein Proton wiegt Größenordnung GEV, also wenige GEV, 1 oder 2 GEV und wir schießen dann mit 14 TEV drauf, also Teraelektronenvolt, das heißt, man kann sehr, sehr viele Protonen produzieren, so Einstein, EMC Quadrat, wir haben sehr viel E, deshalb kriegen wir sehr viel M und gucken uns den M dann an, im Detektor. So sieht das dann aus der Luft aus, das ist der Genfer Flughafen hier unten, das ist die Rue de Marins, die man aus Genf bis nach Saint-Genny hinten rauf radelt und da an der Grenze, wo der kleine Kreis ist, das ist das PS, dann der größere kleine Kreis ist das SPS und der große Kreis ist dann der LHC und wenn man da hinten zu Punkt 5 fährt, dann ist da ein Skigebiet so, also wenn man zwischen den beiden weißen Punkten da oben sieht man so ein gerader Strich, der so senkrecht ist. Das ist ein Skigebiet, das ist auch sehr schön. Also man schafft es, morgens zu arbeiten, mittags Ski zu fahren und dann abends wieder im Büro zu sitzen, das geht. Habe ich noch nicht probiert, aber soll wohl gehen. Ja, das gepunktete ist die Grenze und wir sehen, die Grenze läuft einfach so schön durch die Mitte vom CERN durch. Ja? Dann hat der Geil, dass es nochmal eine größere Zukunft geben soll. Komme ich noch zu. Ja, wir bauen dann um ein Gebirge rum. Ja, ja, das läuft dann unter dem Genfer See durch, einmal um den Saläf und kommt von hinten. Der würde sich dann auch so da oben beim Jura mit dem LAC treffen. Der LAC wäre dann Vorbeschleuniger, ne, so. So, sonst funktioniert er nicht. Und das Teuerste an allem ist immer der Tunnel. So. Das denkt man zwar nicht bei dem ganzen Hightech-Kram, der da steht, aber das Teuerste ist immer der Tunnel. Das Loch, wo sie das CMS drin versenkt haben, mussten sie mit flüssigem Stickstoff erst ausfrieren, damit sie bohren konnten und dann die Verkleidung einlegen konnte, weil da ein unterirdischer Fluss durchfloss. Und ja, dann war flüssiger Stickstoff doch wohl das Günstigste, was man machen konnte. Dann gucken wir uns jetzt mal die Detektoren an, die da stehen. Ich habe mal so ein paar Bilder gesammelt. Links oben sind wir Atlas. Das ist mein Erzfeind. Also, nein. Unser Konkurrent und unsere Hilfestellung, weil wenn wir Scheiße gebaut haben, sehen die das und wenn die Scheiße gebaut haben, sehen wir das. weil wir die dann was sehen, beziehungsweise wir was sehen, was die anderen nicht sehen und das ist unser Debugging. Unser Debugger ist ein anderer Detektor. Dann haben wir hier unten Alice. Alice ist Schwerionen Forschungsgerät, kann zigtausende Spuren auseinanderhalten, weil die da Bleionen aufeinander schießen bei doch sehr, sehr anständigen Energien pro Proton. so, das muss man dann mit Blei multiplizieren. Da kommt Unmengen an Energie rein. Das ist eine Time Projection Chamber für die Nerds, die das kennen, die da eingebaut ist und da oben LHCB, der einzige Detektor, der sich leisten kann, doch relativ häufig Upgrades und Auswechslungsarbeiten zu fahren, weil die gar keine Trommel sind, sondern das in Scheiben haben. Dann können sie die Scheibe einfach rausziehen, drangehen, Scheibe wieder reinschieben, weitermachen. Können wir alle nicht. Also es ist ernst gemeint, dass es schwieriger ist, an einen Chip in unserem Detektor zu kommen, als es ist, an einem Chip in einem Satelliten zu kommen. So, wenn die Dinger da mal eingebaut sind, dann sind die da eingebaut. Ah ja, ja, CMS, die Nase, die ihr da seht, das ist, das Ersetzen dieser Nase, da helfe ich an dem Projekt. HGCal heißt es, könnt ihr mich gerne in der Q&A noch drauf ansprechen, wenn ich Zeit habe. So, dann gucken wir uns mal den Detektor an. Ich habe jetzt einfach mal so CMS genommen, weil ich am KIT arbeite und ich dieses Ding inzwischen ein bisschen in- und auswendig kenne. CMS ist the compact Mewon Solenoid. Compact, because Atlas is even larger. Wiegt auch nur 15.000 Tonnen, kann man also ganz einfach irgendwie an den Anhänger nehmen. Compact steht ja schon im Namen. Das meiste davon ist das Rückführjoch, dass der Magnet, der da eingebaut ist, ist, soweit ich weiß, der größte Solenoid-Magnet der Welt und schafft ein Magnetfeld von 3,8 Tesla in einem Volumen, wo man Elefanten reinstellen kann. Nicht viel. Man kann ihn sehr gut Kernspin tomografisch auswerten. Wenn man denn einen Kernspin tomograf hätte, aber effektiv kann man sich das schon so vorstellen, wenn man sich selber in so einen Kernspintomografen legt, dann ist das so ein Magnetfeld von 2, 3 Tesla, war mal so 1,5 Tesla, der schafft 3,8 Tesla, aber dann steht da halt ein Elefant in der Röhe. Und Magnetfeldstärke ist Magnetfeldflussdichte mal Fläche. Das ist so das Magnetfeld. Aber da habe ich gleich noch ein nettes Bild zu. Wir sehen hier, das Rote ist das Rückführjoch, die weißen Klatten auf dem Roten, das sind die Myonkammern, das sind verschiedene Kammern, also Resistive Plate Chambers oder Wire Chambers, die da verbaut sind, die können nicht sehr viele Events ab, aber dafür sind sie auch relativ weit außen im Detekt, das heißt, viel kommt da nicht mehr an. Aber wenn was ankommt, dann ist es meistens ein Myon und Myon sind sehr interessant. Dann haben wir diesen großen weißen Fleck hier in der Mitte, das ist unser Supraleitender Magnet. Das da vorne ist Strahlenabschirmung, nur so. Innerhalb des Magneten, das Gelbe ist das Hadronische Kalorimeter, das guckt sich an K-Onen, Pi-Onen, alles was so Hadronisch, also so Kernmaterie ist, wird da so aufgefangen und analysiert. Das Hellblaue davor, das ist das Elektro, äh, elektronen, magnetische Kalorimeter, das E-Cal und die ganzen kleinen Platten, die man da in der Mitte sieht, das ist der Outer-Tracker, Inner-Tracker, Pixel-Tracker. Das sind aktuell etwas über 200 Quadratmeter Chipreines. Silizium, was da verbaut ist. Und LS3, also nach LS3 werden wir bei knapp über 600 sein, wenn ich mich nicht recht entsinne. Ähm, ja. Warum machen wir den ganzen Scheiß? Ähm, weil, wenn wir uns Zeichen angucken, das hoffentlich dann so aussieht. Ähm, ganz links haben wir da, wo die Linien zusammenlaufen, das ist unser Interaktionspunkt, da treffen die Strahlen aufeinander. Ähm, dann haben wir das, ähm, das E-Cal, sind die grünen Kristalle hier, man sieht, das Elektron und das Photon bleiben im E-Cal stecken. Die Hadronen gehen durch, hinterlassen zwar eine Signatur im E-Cal, aber bleiben dann hoffentlich im großen gelben H-Cal stecken. Ähm, und Myon interessiert das alles nicht. Das, ähm, ist, äh, die Bete-Bloch-Funktion, wenn man sich das angucken möchte. Äh, die fliegen dann sogar noch durch den Myon, durch die Myon-Kammern durch, hinterlassen so ein schönes Signal, das ist auch alles so wellig, deshalb haben wir dann Magneten drin, damit sich die Bahnen krümmen, damit wir da den Impuls rausfinden können und dann so ein bisschen Teilchenidentifikation betreiben, denn das Myon sagt einem ja nicht, dass es ein Myon ist, ne? Das Myon sagt bloß Hit in einer Detektorzelle, ja? Da müssen wir rausfinden, ob das ein Myon war oder nicht und dafür betreiben wir den ganzen Kram. Der Algorithmus, der das estimatet, nennt sich Particle Flow, ähm, und läuft erstmal auf sehr, sehr teuren FPGAs und dann auf 30.000 CPU-Cores und damit kriegen wir ungefähr die Menge weg, die wir aktuell messen. Es wird aber nur noch schlimmer, also zukünftig, weil, ne? Kommt ja noch. Fangen wir mal an mit dem Pixel-Tracker. Ähm, das habe ich mir so ein paar Bilder rausgesucht. Oben rechts sieht man, wie der Pixel-Tracker jetzt, ähm, in, die, in den Kern, also ganz nah an den Interaktionspunkt geschoben wird, ähm, das macht man dann, wenn die Beam-Pipe schon drin ist, das macht man, das schiebt man da so rein, äh, man muss da sehr, sehr vorsichtig sein, das, äh, Kostenvermögen und gibt's ja auch nicht zweimal, ähm, der Pixel-Tracker besteht aus solchen, ähm, also das ist jetzt Phase 3 Upgrade, das ist der neue Pixel-Tracker, das ist alles Kohle-Phaser hier, der hat man Custom Chips, also Back-to-Back-Bonded, man hat den Sensor und hinter dem Sensor Ball-Bonded direkt kommt der Auslese-Chip drauf, ähm, dann klebt man das auf eine Flexible Platine und diese Flexible Platine klebt man, oder schraubt, klebt, wahrscheinlich klebt man auf diesen, diesen Kohle-Faser-Fächer, ähm, kühlt man mit flüssigem, äh, Kohle-Dioxid, das sind die kleinen Rohrleitungen da drüben, ähm, und es fallen Unmengen Daten an. So, ich komm da gleich nochmal drauf, das ist, wenn ich Richtung Ende gehe, hab ich so ein paar Zahlen und paar Geschichten, sieht das dann im Rohr aus, äh, man hat hier den, also, ich weiß nicht, das wird wohl ein Mockup sein, wenn ich mich recht entsinne, weil es nicht ganz so aussieht, wie ich mir das denke, ähm, man hat einen Interaktionspunkt und um diesen Interaktionspunkt rum liegen die unterschiedlichen Schalen an Pixeln und wenn da so ein Teilchen durchrauscht, kriegen wir Hit, 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 malen da einen Strich durch, ähm, und können so rausfiltern, war das Teilchen energetisch genug, war das Teilchen nicht energetisch genug, wenn es sich zu stark krümmt, landet es nicht im Fenster, was wir erwarten und dann schmeißen wir das Teilchen weg und gucken uns das gar nicht an in der Auswertung, ähm, das muss man machen, sonst hat man einfach zu viele davon, ähm, läuft dann durch drei Lagen Silizium durch, ähm, und läuft dann in den Outer-Tracker, ähm, und ich möchte noch ein, ein Wort dazu verlieren, warum wir Kohlefaser benutzen, äh, und nicht irgendwie, keine Ahnung, Aluminium oder was man sonst halt so hat, ne, ähm, das liegt daran, dass der Tracker nur dafür da ist, Spuren zu messen, jede, jede Interaktion, die ein Teilchen hat, mit dem, die im Tracker, macht uns nachher die Messung kaputt, ähm, das heißt, wir wollen so wenig Materie zwischen den Detektoren, die wir Kalorimeter nennen, wo wir die Teilchen wirklich aufhalten wollen und, naja, dem Interaktionspunkt haben und dementsprechend wollen wir möglichst leichte Materialien, weil möglichst leichte Materialien haben, möglichst wenig Materie, die wir den Dingern in den Weg stellen und je weniger Materie, umso besser ist es für uns. Das heißt, am liebsten hätten wir nur aktives Silizium zwischen uns und, also zwischen dem Hackerl und zwischen dem E-Kal und dem Interaktionspunkt hätten wir am liebsten nur interaktives, äh, aktives Silizium, aber das geht halt nun mal nicht so gut, weil das müssen wir kühlen, das müssen wir mit Strom versorgen, das müssen wir Daten auslesen, da müssen wir irgendwie ran, das muss strukturell, das wiegt ja auch einiges und das Magnetfeld ist alles andere als trivial da drin. Ähm, dementsprechend ist da erstaunlich viel Engineering dran, einfach nur die Kabel zu verlegen. Ich habe schon Kabellaufpläne gesehen, da wird einem schwindlig bei. Wir gehen aktuell zu Nikomatic und hätten ganz gerne den DIN, äh, nee, ein, ja, ein, 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 ein D-Sub-Stecker mit 50 Pins, aber der muss auf 1000 Volt geratet sein und 40 Grad Temperaturgradient abkönnen. Ähm, da sagen die meisten Hersteller so, ja, können wir nicht. Äh, die haben so gesagt, können wir probieren, aber wir sind da auch sehr am hacken, also nicht am hacken, aber so was anderes bleibt uns nicht. Ähm, wir haben sonst einfach nicht genug Fläche an der Rückseite des Detektors, um alle Kabel rauszubekommen. Ähm, so, so eng wird es langsam. Gut, das ist jetzt alles Upgrade, das war mal etwas entspannter, nicht, dass das einfach war, aber es war ein bisschen entspannter. Ähm, naja, so, das ist der Tracker, das sind unsere Kollegen, ganz viele Leute aus dem KIT, arbeiten mit dem Tracker, dem Barrel-Tracker, aus dem Pixel-Tracker zusammen, äh, fahrt mal an Campus Nord, die können euch da sicherlich viel Interessantes zu erzählen. Ähm, dieses Bild scheint mal ein Album-Cover von Megadeth gewesen zu sein, ist aber der Outer-Tracker oder der Barrel-Tracker vom CMS-Detektor. Ähm, gut, die haben es dann zugeschnitten und Logo drüber gemacht. Ähm, und wenn man sich das Bild oben anguckt, dann seht ihr ungefähr, äh, wie das aufgebaut ist. Links unten in der Ecke, T, B, P, X, das ist unser Interaction-Point. Äh, dann haben wir die Lagen, die PX, das sind die Pixel-Leute. Ähm, das Grüne und das Orange sind also Pixel, äh, äh, Sensoren und dann haben wir da drüben, äh, da drüber den, die, die Streifensensoren, also Streifensilizium-Sensoren, ähm, und man sieht eigentlich, egal wo man da hinfliegt, man trifft mindestens ein paar Sensoren auf dem Weg. Und das ist ja auch das Ziel, wir wollen ja, äh, äh, wissen, wo unsere Teilchen lang geflogen sind. Ähm, ja, und das muss alles angeschlossen, gekühlt, gepowert und so weiter. Und so Daten ausgelesen werden, konfiguriert werden, so. Config-Files für so einen Detektor. Sind YAML, also zumindest bei uns. Äh, noch. So, dann gibt, dann kommt das E-Cal, ich gehe jetzt einfach mal so die Detektoren durch. Ähm, das E-Cal, das ist jetzt so von hinten, das rechts ist von vorne. Äh, das sieht so ein bisschen aus wie Scheinwerfer, das sind keine Scheinwerfer, das sind Blei-Wolf-Ramat-Kristalle. Ähm, das ist ein E-Cal, wir wollen also jetzt Teilchen aufhalten, das heißt, wir möchten denen möglichst viel Masse in den Weg stellen. Das ist nur ein Sintillations-Kalorimeter, das heißt, wir wollen auch noch ein Licht aus dieser Reaktion rausbekommen und das muss, das Licht muss ja irgendwo lang. Das muss also durchsichtig sein. Äh, das heißt, es wurden, ich glaube, in Russland in der Größe, in der Gegend wurden sehr, sehr viele Leute mit beschäftigt, aus Blei und Wolfram, zwei sehr undurchsichtigen Materialien, ein sehr durchsichtiges Material zu machen. Das haben die geschafft in Tonnenmaßstäben, also dieser Detektor wiegt viel. Wir haben bei uns noch die Überreste von der Assembly-Mechanismen im Labor und einen so einen Kristall, äh, der wiegt in der Größenordnung eines Kilos. Und dann kann man sich überlegen, mit wie vielen Rechtecken wir es da zu tun haben. Entsprechend viele Kilos wiegt nur der Kristall, der da drin verbaut ist. Es ist total witzig, also dieses Ding ist einfach so, man guckt das an, man denkt, das ist Plexiglas, man nimmt das, ist echt bescheuert. Ähm, das muss natürlich auch alles gekühlt, ausgelesen, betrieben und so weiter werden. Ähm, dafür diese nette Infrastruktur hier hinten. Äh, das ist alles wassergekühlt heutzutage, äh, oder noch. Wir wechseln irgendwann auf flüssig, äh, flüssig, äh, CO2-Kühlung, äh, für den Innenbereich, weil man sonst einfach die Kühlleistung nicht rauskriegt. Wir sind, ich glaube, beizwischen alleine für den HG-Cal sind wir in der Größenordnung 150 kW elektrische Leistung. Ähm, der Trecker wird in so ähnlichen Größenordnungen liegen. Und das ist nur Bios-Spannung, das sind Leckströme, eigentlich, das ist ein statischer Detektor. Ja, wir betreiben da ja keine, also keine CPU-Zyklen, die wir nicht müssen, ne. Ähm, dementsprechend, das ist fast nur Leckstrom, äh, den wir dann natürlich auch wieder rauskühlen müssen, ne. Ähm, selbst die Zu-, die Niederspannungs-Zuleitungskabel sind wassergekühlt. Ich zeige das nachher nochmal auf einem Bild. Ähm, ah, das ist eh kalt, das haben wir Barrel von, da gibt es die Endkappen, die Endkappen habe ich hier dargestellt. Ähm, ja klar, da gibt es eine Oberschicht, einen Unterschied, auf der anderen Seite gibt es davon nochmal zwei Stück und der Barrel geht um den Interaktionspunkt rum, das sieht, das kann man sich, ich springe mal kurz zurück, ähm, hier, also das, das Blaue, das ist so eine Hälfte der Endkappe, die wir gesehen haben, da gibt es da die untere Hälfte, auf der anderen Seite gibt es das gleiche nochmal und um ganz um den Interaktionspunkt rum werden diese, diese Kristalle verlegt, ne. Ähm, die kommen dann in so Kassetten, werden da eingeschoben, die Linearlager sind so breit, an denen diese Kassetten hängen, ähm, wiegt ja auch alles was, das ist ja dann auch in dem Magnetfeld, das heißt, wenn sich, wenn der Magnet angeht, verzieht sich ja auch nochmal alles, weil das Magnetfeld ja doch ein bisschen Kraft auf alles ausübt. Ähm, ja, äh, alles, alles andere als, als einfach, als, ja, einfach bescheuert, dass es überhaupt funktioniert. Aber es tut noch, ähm, zu den Chips, die wir da verwenden, das sind alles Custom ASICs, absolut alles, unser, unser Low Dropout Voltage Converter ist ein Custom ASIC, äh, weil das alle strahlenhart sein muss. Ähm, ähm, Space ist, ja, aber selbst die Weltraumanforderungen sind, äh, die halten bei uns keine zwei Monate. Ähm, das ist richtig, richtig, richtig harte Strahlenbelastung, alle digitale Logik wird tripliziert, äh, analog haben wir große, ich bin kein ASIC Designer, aber die Leute haben keine einfache Arbeit. Ähm, aber interessant macht's das auf alle Fälle, das heißt, diese Chips, die hier oben drauf sind, das ist dieser, das ist dieser Transfer-Chip, der da drauf sitzt, ähm, das ist natürlich auch ein ASIC, die ganze, die ganzen optischen Transceiver sind alle ASICs, die ganzen Packaging-Chips, die die Daten in die richtigen Formate schieben, das sind auch alles ASICs, ähm, ja, alles Custom-Software, ähm, dafür gibt's keine, aktuell noch keine Linux-Treiber. Wer Linux-Treiber, Kernel-Treiber schreiben kann, bitte finde mich, ja, ähm, ähm, meine ich ernst. Ja, und alle Leute, die Grafana können, ähm, InfluxDB, Streaming, Docker-Container, ähm, was haben wir sonst noch? RPM-Packages, CI-CD-Pipelines, und, ja, also, ne, wenn Sie sich damit auskennen, bitte kommen Sie zu mir und zeigen Sie auf gute Dokumentationen. Ich bin nämlich Physiker und kein Informatiker, aber ich mach den ganzen Tag nur Informatik. Ähm, und Hilfe wäre da really appreciated. Gut, äh, dann gucken wir uns das HAKAL an, das sind so zwei Bilder aus dem HAKAL. Das hier ist in Minsk aufgenommen worden, und das ist, das ist das Endkappen-Kalori-, äh, das ist das H-Dronische Kalorimeter ohne Instrumentierung, nur der Absorber, also da, wo die ganzen Teilchen reinknallen und dann schöne Schauer erzeugen, die wir dann messen können. Ähm, das ist das Barrel-Kalorimeter, wie es am Kran hängt. Äh, der Kran, den Sie benutzt haben, um das aufzubauen, der hat keine Winden, der hat zwei Greifer und die greifen abwechselnd auf das Seil und einfach nur die Ausdehnung in dem, in dem Stahlkabel senkt das ganz langsam ab. Äh, und als die da langsam fertig wurden, war so, wir müssen jetzt morgen fertig sein, der Kran wird in Barcelona für den Stadionbau gebraucht. Äh, das waren Mietkralen, haben wir es natürlich nicht, nicht selber hingestellt. Die Löcher in der Decke, die sieht man, also die nicht mehr Löcher in der Decke der Halle sieht man bis heute. Ähm, aber ja, da kann man sich vorstellen, ne, so, ne, da stehen Leute drauf, diese, diese Größe von, von Harkal, die steckt in dem Loch, ne, was da an dem Kran hängt. Und, ja, Messing ist nicht leicht. Aber das, die, die Geschichte, also Messing ist es natürlich, weil wir nicht magnetisches Material haben wollen. Wenn wir da Eisen reinhängen, dann zieht uns das einfach den Detektor auseinander, weil das ist ein sehr, sehr starkes Magnetfeld. Und jeder hat ja schon mal mit Magneten gespielt. Wie gesagt, ich hab da gleich noch mal ein Bild zu. Ähm, deshalb ist das Messing. Und Russland wollte sich zu dem Zeitpunkt einkaufen in das Projekt. Das sind alles eingeschmolzene Granatenhülsen. Das ganze Messing vom Absorber sind eingeschmolzene russische Granatenhülsen. Äh, schade, dass die das Zeug jetzt wieder benutzen könnten. Ähm, aber zumindest damals haben wir gesehen, das war ein richtiger Friedensansatz. Und, ähm, haben wir das zu Sinnvollerem verwendet. Aber ja, auch da natürlich wieder Unmengen und Elektronik drin. Ähm, das steckt hier in den, also die ganze Elektronik steckt hier in diesen Zwischenräumen. Das sind auch wieder Sintillatoren. Da fliegt ein Teilchen durch. Es leuchtet. Wir lesen das aus und kriegen dann ganz viele Punkte auf unserem Track zusammen. Ähm, dann kommen wir zu dem coolen. Das ist der Magnet. Das ist ein Bild, was hab ich gemacht auf der rechten Seite. Da war der Magnet eingeschaltet. Äh, ich bin da runtergegangen mit dem Taschenmesser. Das hing einfach horizontal in der Luft und Schlüssel konnte man einfach dran kleben. Äh, wie ihr es ja sehen könnt, ja. Und das war, so, da. Das Magnetfeld an diesem Ort war so stark, dass man Taschenmesser einfach an Stahlgegenstände kleben konnte. Ähm, ja, äh, wir hatten auch so Handys, ne. So, man nimmt das Handy aus der Hose und das soll eigentlich angehen. Es geht nicht an. Oder man denkt, dass die Klappe sei zu. Oder es dreht sich. Oder man musste dann so stehen, dass man Bilder aufnehmen konnte, weil sonst das Telefon dachte, dann ist es ja nicht oben und dreht dann das Bild um. Ähm, so, das, das gab's dann. Hier sieht man auch nochmal, ja, das hier sind diese Myon-Kammern. Das sind diese Wire-Chambers in dem, im Zwischenraum zum Joch. Ähm, hier sieht man dann hier die Stromversorgungskabel. Ähm, das ist jetzt natürlich noch im Bau. Das haben sie gerade in den, gerade in diese Halle reingehängt. Aber man sieht auch, was das für eine Halle ist. Das ist alles 100 Meter unter der Erde ungefähr. Ähm, dieser ganze Ort. Und, ähm, ach ja, äh, übrigens das, der ganze CMS-Detektor steht auf Luftkissenfahrzeugen. Wenn wir den bewegen wollen, pumpt man unten in diese orangenen Füße mit genug Druck Luft rein und das Ganze hebt das so einen Millimeter. Dann hast du ein dickes Stahlkabel an den kannst du ziehen. Ähm, ich glaube, der Boden von dem, äh, der Boden von der Halle ist auch irgendwie so ein halbes Grad oder so geneigt. Also schlimm genug, dass, wenn man da keine Stahlkabel dran hätte, würde dieser ganze Detektor in eine Richtung wrutschen, wenn man dies dann macht. Ähm, das will man bei 15.000 Tonnen wirklich nicht. Ähm, da unten sind auch so Kabelschächte drin. Also der ganze Detektor bleibt natürlich angeschlossen. Unten im Boden ist ein Kabelschacht drin, der mit den Ketten hinterher fährt. Ähm, die ganzen Gantries fahren mit, ne? Auf den Gantries sehen dann die Server Racks mit den ersten Anschlüssen und Kram. Da sind auch keine Server drin, die würden das wahrscheinlich von der Strahlung her eher nicht überleben. Zumindest nicht allzu lange. Ähm, ja. Ähm, und genug Glasfaser, dass man da ein Kontinent dran anschließen kann, ne? Aber, ja. Dann gucken wir uns nochmal das Myon-System an. Das Myon-System ist der größte Detektor flächenmäßig, ähm, den es so gibt. Das sind diese Myon-Kammern, die ich schon gezeigt habe, dass da oben diese ganzen Fasern, die da dran hängen, das sind auf richtig auf Zug gespannte kleine Kupferdrähte. Wenn ein Teilchen durchfliegt, das Gas drin, gibt's da Ionen, die von dem Gas, die in dem Gas erzeugt werden, die wandern dann zu den Drähten und zu den Platten, äh, und dann kann man an diesen Drähten das Signal auslesen. Nur wenn man da halt tausende Drähte auf Hochspannung zieht, muss man, muss man mechanisch richtig aufpassen. Ähm, das ist nicht trivial. Also da hängen Tonnen an Spannung in diesen Drähten drin. Ist das denn mal passiert, dass so Drähte gerissen sind? Ja, da sind, also die Frage war, ist es passiert, dass so Drähte gerissen sind? Ja. Ähm, also im Detektor, glaube ich, ist das noch nicht passiert. Ähm, in den unterschiedlichen Stadien von Bau und so ist das sicherlich schon mal vorgekommen. Ich hoffe, man hat das irgendwie reparieren können, aber dann muss man es wegschmeißen und neu machen. Ähm, ja. Ja. Das ist das Myon-System, wie gesagt, Riesending. Ähm, relativ Low Occupancy. Occupancy ist wie häufig so ein Hit in der Detektorzelle vorkommt. Äh, weil halt wie gesagt, bis zu dem Zeitpunkt haben wir den Ding Messing in den Weg gesetzt, Magnet in den Weg gesetzt, Brallei-Wolframat-Kristalle in den Weg gesetzt, wo wir möglichst viele Teilchen aufhalten. Und aber die Myonen kommen halt durch und die sehen wir dann hier. So, also hier nochmal so einen schönen Überblick. Äh, das ist die Kühlung für die Kabel, ne? Äh, das ist die Kühlung, ne? Das sind die Kühlpaneele für die Zuleitungskabel. Aber wir haben hier in der Mitte, sieht man unseren, unseren Pixel-Detektor da, das ist das Loch, wo der reinkommt. Dann sieht man den Barrel, äh, das, den Barrel-Tracker. Dann kommt, ähm, auch gleich das E-Cal, das ist auch erstaunlich weit in der Mitte. Dann kommt hier das, hier ist das H-Cal, das ist unser Supra-leitende Magnet. Und das ist dann das Rückführjoch fürs Magnetfeld mit den Myon-Kammern. Ähm, das ist jetzt ein Composite-Bild, das ist also nicht, so kann man sich das nicht einfach, so, das haben die aus unterschiedlichen Bildern zusammengeschnitten. Sieht aber schon recht geil aus. Ähm, und ja, so, ne? So, das ist der Mensch, das ist hier so eine Balustrade von einem, von einem, äh, von den Service-Zugängen. Das ist auch ein ziemliches, ziemliches Gerät, ne? Compact, Myon-Solenoid, ne? I want to remind you. Ähm, ja, kompakt, ne? Fast zum, fast zum Mitnehmen, ne? Ja, äh, Higgs-Boson in the Wild, so sieht das dann aus. Ähm, die Signatur für dieses Ereignis ganz klar zwei Myonen, ähm, also zwei Leptonen back-to-back, ähm, das heißt, das war ein entsprechend, mit entsprechender Energie, die wir dann ja auch messen, durch die Bahnkrümmung können wir die Energie abschätzen und wenn die Energie ungefähr passt, so auf 120 isch GEW, äh, GEV, ähm, können wir sagen, das war wohl ein Higgs-Teilchen, davon gibt es natürlich noch ganz viele andere Signaturen, das steht dann irgendwie in dieser Lagrange-Dichte drin, rechnet man sich natürlich ein bisschen schöner aus, als einfach nur so Brutforce hinzugehen. Ich hab, äh, für die, für die Gleichung mit der Lagrange-Dichte, ähm, der Mensch das geschrieben hat, sagte, this is a Lagrange-Density or, äh, the, ähm, so you can read this or you can read the fun, yet soul-crushing exam-question related to this. Und the exam-question was, given Locality, Causality and the physics data since the 1860s derive the Lagrange-Density. Fun, yet soul-crushing. Äh, very, very good description. And that's our future. Also so, ne, man hat gesehen, wie viele Tracks es gab, so die gelben. So sieht das aus, wenn wir fertig sind mit dem Upgrade. Ähm, doch deutlich mehr, das war jetzt ein, ähm, High-Lumi-Run, also ein spezieller Run, den man nicht normalerweise macht, für High-Luminosity. Und, ähm, so sieht das dann aus. Und, ähm, dafür müssen wir jetzt neue Detektoren bauen. Äh, äh, das ist, äh, ähm, das ist jetzt eine Folie von einem HD-Cal-Poster. Wir bauen, zumindest, also ich kann jetzt für HD-Cal sprechen, es gibt natürlich sehr, sehr viele andere Upgrade-Projekte für die anderen Tracker, also Tracker kriegt ein Upgrade, Alice kriegt Upgrades, CMS kriegt Upgrades, die, die, der LHC kriegt neue Magnete, äh, so Unmenge an Engineering, die jetzt aktuell, äh, vonstatten geht, damit das alles, äh, seinen, seinen Sinn und Speck hat. Aber wir machen demnächst ein fünf-dimensionales Kalorimeter. Wir haben Pixel, die sind ungefähr ein Zentimeter auf ein Zentimeter, hexagonal. Hexagons are the bestegons. Ähm, HG-Cal lives it to the limit, ja, so alles ist bei uns hexagonal. Ähm, und wir haben also 20, 24 Picosekunden Zeitauflösung, ähm, während eines Bunchcrossings für den Initial Time of Arrival vom Teilchen. Wir haben ungefähr ein Zentimeter große Pixelauflösung und wir haben 49 Layers in unserem Kalorimeter drin. Ähm, insgesamt 600 Quadratmeter aktives Silizium. Ähm, und, also ein, ein LPGBT, das ist unser Transceiver-Chip, schiebt Daten bei 10,28 Gigabit. Wir haben drei LPGBT, für fünf Module und fünf Module sind irgendwie, ja, so von dem Mikrofon bis hierhin. So hexagonale Dinger. Das heißt, eine unserer, unserer Readout-Karten schafft 1,44 Terabit pro Sekunde. Und eine Readout-Karte reicht lange nicht. Ähm, ich glaube, wir sind so bei der größten Ordnung so eine Readout-Karte vielleicht per Scheibe und wir haben 50 Layers pro Seite. Ähm, da kann man sich aus, alleine unser Detektor, ne, das ist nur der Subdetektor HD-Cal, das ist nicht Tracker, das ist nicht Myon, das ist nicht E-Cal, das ist nicht H-Cal, das ist nicht, ja, es kommt alles noch dazu. Ähm, ähm, und deshalb möchte ich kurz zum Trigger reden, vielleicht ist das für euch ganz interessant. Ähm, ich weiß, ich möchte noch Fragen nehmen, aber das können wir zu Not auch noch draußen, ich laufe nicht weg. Ähm, ja, Triggersystem ist, wir machen, wir nehmen jedes Bild auf, wir machen 40 Millionen Bilder pro Sekunde in voller Auflösung. Die werden zwischengespeichert und wenn wir in einer Niederauflösung, also in so einem JPEG, Compressed JPEG, wenn wir da was sehen, was interessant ist, sagen wir, wollen wir haben, schicken einen Level-1 Trigger Accept und dann lesen wir aus einem Ringspeicher den gesamten Detektor in voller Auflösung aus. Ähm, das passiert hoffentlich so 100.000 Mal pro Sekunde. Ähm, das, das kommt, ähm, also diese erste Entscheidung wollen wir haben, das passiert auf FPGAs nicht mal 100 Meter vom Detektor hinter einer 7 Meter dicken Stahlbetonwand. Ähm, die Stahlbetonwand, ist nicht Strahlenschutz, obwohl sie hilft. Ähm, und wenn das, dieses Bild wird dann in eine Compute-Farm geschmissen, wo 30.000 CPUs sitzen, da wird das gesamte Bild rekonstruiert mit entsprechendem Aufwand. Die haben dafür 12 Millisekunden Zeit. Ähm, und wenn sie dann fertig sind, sagen sie, wollen wir behalten, wollen wir nicht behalten und das schreiben wir dann auf Platte weg. Ähm, und selbst, also wir, wir haben zu viele, also wir brauchen zu viele Platten. Und das, wie gesagt, das wird nur noch schlimmer. Äh, weil mit High Lumi vergrößern wir die Luminosität und damit die Eventrate um Faktor 10. Ähm, ja, und die Physik wird halt, äh, nicht besser. Gut, und damit bin ich durch. Wir dürften gerne noch Fragen nehmen für die paar Minuten, die wir haben. Äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, findet mich, redet mit mir, ich weiß nicht. Wow, danke erstmal. Ja, vielen lieben Dank. Also, das war die ganze Zeit eine Explosion in meinem Kopf. Ähm, ja, Fragen. Ich glaube, da gibt es irgendwie, die, die Hände gehen schon nach oben. Ich glaube, du warst zuerst. Ähm, hieß ja vorher, da wird doch was Größeres gebaut. Wie groß und was genau ist denn jetzt geplant? Also, wenn, wenn ihr alle lieben Leute, alle eure Politiker ansprecht und sagt, wir brauchen bitte Geld, ja, viel für die Tunnel und für den ganzen Kram, ähm, dann würden wir gerne den FCC bauen. Der FCC ist der Future Circular Collider. Der hat dann einen Umfang von ungefähr 100 Kilometern und nicht 27. Äh, damit hoffen wir nochmal die Energie um Faktor 10 so nach oben zu drücken. Dann sind wir so in der Richtung 100 TeV und können uns dann entsprechend auch Ereignisse angucken. Ähm, das ist jetzt in der Konzeptionsphase. Sie wissen langsam so, okay, so wollen wir unsere, ähm, so wollen wir unsere Magnete auslegen. Da kommen die Detektoren hin. Man muss da geologische Surveys machen, was alles unter der Erde ist. Man muss finden, okay, wo können wir dann 15.000 Tonnen Stahl hinstellen, ohne dass es uns absackt. Ähm, unsere Kaverne, ähm, also die CMS-Kaverne ist neutrally buoyant, weil der Detektor ungefähr so schwer ist, wie der Stein, den man rausgeholt hat. Der LHC nicht. Der LHC schwimmt nach oben. Und damit müssen, müssen die Magnete ein bisschen nach unten zielen. Also, die Kickermagnete am Ende des Tages. Und das geht nur so lange gut. Irgendwann muss man den, den Detektor auf Stelzen stellen, ne. Und 15.000 Tonnen auf Stelzen stellen, das ist eine Challenge. Ähm, aber ja, das ist so zum FCC. Man kennt's ja, wenn man irgendwie mal Ethernet auf einer Leiterplatte... Man kennt's ja, wenn man irgendwie bei Ethernet mal irgendwelche Leiterbahnen gelegt hat, dass es da sehr stark auf Timings, Leitungslängen und so weiter ankommt. Wenn das so viele Sensoren sind und so viele Daten sind und das ja mit so einer rattern Geschwindigkeit da passiert, wie kriegt der Time Synchronousy hin? Also die Synchronicität der Auswertung? Ganz viel Handarbeit. Die Kabel sind alle ausgemessen. So, wie kriegen wir das hin? Ja, wir messen einfach jedes Kabel aus. Aber auch vom Rechnen her, ich mein, das muss ja auch jetzt, das muss ja ein synchroner Takt sein. Das ist, also eigentlich läuft der Detektor synchron. Ähm, man misst dann natürlich auch, man weiß, okay, wenn ich ein Event in der Mitte habe, dann müsste das Event laut Lichtgeschwindigkeit dann ankommen. Dann kann man sich die Phase ausmessen. Ähm, man misst den Detektor auch vorher aus. Also jedes Element im Detektor ist ungefähr auf 10 Mikrometer genau bekannt, also Orts-Location. In einer, also ihr habt die Kaverne gesehen, ne. Ähm, das macht man erst mit Fotogrammetrie und dann lässt man den Detektor einfach laufen und guckt sich kosmische Strahlung an und macht dann ein Global Chi Quadrat Fit für die, für die, äh, für die Linien, ne. Und damit kriegt man die Location der, 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 ähm, Module raus. Aber so, ja, Global Clock is the answer. As far as I know. Yes, like, please, I'm not the expert on any of this. There are people that have way more knowledge than me on this, but this is as far as I understand this. Ähm, danke für den coolen Vortrag. Ähm, mit deinem Hi-Lumi-Upgrade oder mit dem FCC findest du dann das, äh, Graviton? Wissen wir nicht. Wir haben keine Ahnung. Wir wissen ja noch nicht mal, warum wir überhaupt hier sind. Ja, aber wonach sucht der denn mit dem Upgrade? Wissen wir nicht. Okay. Das ist ja der Punkt. Deshalb suchen wir. Äh, genau. Das ist so, das ist der Ansatz. Weil das Standardmodell sagt so, okay, wir haben jetzt alles gefunden, was im Standard, oder von, wie gesagt, von dem, was ich verstehe, ist das Standardmodell soweit, wir es wissen, einigermaßen voll. Das Graviton haben wir, dafür gibt es Theorien, wie man es einbaut, aber dafür müsste man noch andere Sachen ändern, das verändert wieder, ne, bis man das vollkommen durchgerechnet hat und sich die Dinge angeguckt hat, wird das kompliziert. Aber der Fakt ist, wir wissen es nicht. Wir würden ganz gerne dunkle Materie finden und im Labor studieren, wir würden ganz gerne viele Sachen finden, aber es ist halt nicht so einfach. Also wissen es einfach nicht. Aber wenn wir nicht gucken, werden wir es nie wissen. Es wurde ja schon, ist das an? Also ja. Es wurde schon gesagt, dass die ganze Elektronik custom ist, damit sie die Strahlung aushalten kann, aber die nutzt sich ja bestimmt auch ab. Wie lange halten die Sensoren dann so ungefähr durch? Also selbst wenn die redundant sind irgendwann mal. Der aktuelle Sensor ist bald tot. Also das H-Cal, was jetzt eingebaut ist, da werden die, also die Kristalle werden langsam milchig. Die haben, glaube ich, noch 50 Prozent deren Effizienz. Die Sensoren, der Pixel-Tracker wurde jetzt ausgetauscht, Teile davon, weil die die Strahlung einfach nicht mehr durchgehalten haben. Man kriegt da höhere Leckströme, höhere Leckströme, höhere Leistung, höhere Leistung, mehr Kühlleistung, man kennt das Problem. Und schlechtere Performance, das heißt, man tauscht einfach regelmäßig aus und alles, was wir da rausholen, ist radioaktiver Sondermüll. Leider. Wie viel Energie braucht man jetzt für einen Test? Also der CERN verbraucht 40,5 Millionen Schweizer Franken jährlich an Strom. Das meiste ist tatsächlich nicht die Elektronik, das meiste ist Kühlung. Wir müssen, die ganzen Dipolmagneten müssen auf 1,9 Kelvin gekühlt werden. Das heißt, für jedes Grad Celsius, für jedes Watt, das man von 2 Grad Kelvin auf Raumtemperatur anhebt, braucht man ungefähr eine KW-Leistung. Und wir haben einen 27 Kilometer langen Ring und der Magneten, den ihr da gesehen habt, der ist auch Supraleiten, also auch bei 2 Kelvin. Ich glaube, am CERN stehen ein Drittel der Weltreserve des flüssigen Heliums. Da kann man ganz lange mit Mickey Mouse-Stirmen sprechen. Wenn wir da in der Kaverne sind, müssen wir auch entsprechend Rescue-Masks haben, damit wenn da ein Helium-Leck ist oder wenn da andere, da sind ganz viele Flüssig-Stickstoff, Flüssig-Helium, jadde-jadde, da kann man dann nicht atmen. Da gibt es noch so Rescue-Masks, da muss man ein Training machen, sonst darf man da nicht rein. Zumindest nicht ohne Guide und ohne entsprechenden Kram, von daher, ja. Wie viel hat denn dieser CMS-Detektor, also die Entwicklung und der Bau, so grob gekostet? Ja, das wüssten wir gerne. CERN hat ein Budget von ungefähr einer Milliarde Schweizer Franken im Jahr. Die Gebäude sehen nicht so aus. Und letztens erschien in unserem Labor ein Scope mit irgendwie 128 Gigasamplen pro Sekunde und 33 Gigahertz analoger Bandbreite, da kann man sich ausrechnen, was das gekostet hat. So fliegt das Kram rum, aber da muss man das Geld der Doktoranden dazu rechnen, das ist nicht CERN-Budget. Die ganzen Doktoranden werden von Instituten bezahlt. Ganz viel Material wird von den Member States gestellt. Was das Material nicht kostet, wissen wir teilweise nicht. Also wissen wir schon, aber hängen wir nicht an die große Glocke. So all das läppert sich. Und der Frank Hartmann, der für den Upgrade verantwortlich war und viel am Trecker mitgearbeitet hat, war verantwortlich, als sie den Trecker eingebaut haben, also als CMS in Betrieb ging. Und da hingen laut seiner Aussage irgendwie 250.000 Schweizer Franken an Material. Und dann, als er gefragt wurde, sind das versichert, sagt er so, nö. Warum auch? Wenn uns das Ding in den Keller fällt, haben wir ganz andere Probleme. Das ist das Material das Geringste unserer Sorgen. Weil wenn der Doktorand weg ist, der das Auswerteskript geschrieben hat und kein Schwein versteht, wie dieses Ding mehr funktioniert, dann kannst du auch keinen Detektor mehr bauen. Also das ist alles absolute Handarbeit. Please, like pipelining, pipelining, pipelining. I would need a lot of help with that, please. Also ja, wissen wir einfach nicht. So, das ist nämlich nicht einfach. Ich glaube, damit schließen wir auch. Find me outside, für alles andere. Ja, Alex, mega danke. Thank you for your attention and coming in large numbers. Ja, Applaus. One thing I would like to add here. Das wäre nicht möglich ohne die Kontributionen oder ohne die Beteiligung aller dieser Länder. Das wäre nicht möglich ohne die Beteiligung aller dieser Menschen aus wirklich jeder Ecke des Globus. Es ist ein unglaubliches Privileg, da zu arbeiten. Und ja, ich hoffe, dass wir noch weitermachen dürfen. Dass wir noch ein FCC bauen dürfen. Dass wir vielleicht noch was Komisches finden, was wir vorher nicht wussten existiert. Und mit eurer Hilfe in Docker-Containern und Kram und mit eurem politischen Enthusiasmus tätet ihr mir. Und ich glaube, ich spreche dafür alle, die hier arbeiten dürften. Ein riesen Gefallen aus, wenn ihr seht, das ist Grundlagenforschung, die ist wichtig. Das ist nicht nur wie Spielerei von irgendwelchen abgespaceden Menschen in ihrer Ecke da in Genf. Also von tiefstem Herzen. Das ist cool. Wirklich cool. Und wir sollten das tun als Menschheit. Gut. Nochmal vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus 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 iving Vielen Dank.